Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mission COD-MW3. Immer noch Singleplayer. Und ich versteh kein Wort, was Sie jetzt reinlaufen. Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Fregator Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen, aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nach Herford durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Alles klar. Wir halten Sie auf. Rette in der Not. Vorsicht an der Bahnsteigkarte. Was? 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 Wir halten Sie nicht mit einem Spectre im Plus. Zu wichtig, Bravo 6. Walchers Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor Sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Backplate, unser Fenster schließt Sie schnell. Wir sind bereit. Verstanden. Alle Teams grünes Licht. Die Mission kann beginnen. Okay. MP5. Wir suchen. Du räumst auf. Feuerfreigabe. Ganze gesichert. Das hört sich doch gut an. Feuerfreigabe. Das heißt, ich auf alles töte, was mir vor die Flende läuft. Da sind noch zwei drin. Dann leg Sie schlafen. So. Was ist das da? P90 mit Schalter im Fall. Ist auch nicht schlecht eigentlich, die Offen. Ich bin schon tot. Was ist das? Ich bin schon tot. Ich bin bereit. Ok, und los. Los. Raum sicher. Die Teilzeit ist sicher. Alles sicher. Da vorne bewegt sich was. Ganz, frisch. Schön gemacht. Da sind noch welche hinter der Ecke. was gucken dann die fußball alter wir alles noch das jetzt können wir glitzen das läuft dasselbe bekommen was muss man mal kurz gucken eine Zeitlupe ist so langweilig ja dann hopp haut drauf Was? Boah! Er ist mich fast mit Dicknummer. Ich mache Holz mal einfach mal ein wenig mit drauf. Ich sehe fast keinen Gegner. Schnell nachladen. Hey, den hätte ich jetzt arg gehabt. Nein, alles sicher. Okay, Randbereich sicher. Dann mach die Türen auf. Was ich jetzt schon wieder öffnen, hey? Uh! Bravo 6, vorsichtig! Wow! Mach das ein Haken, hey. Fahr ein paar Mal drauf. Wann sind das gute Schützen dahinten. Ja, haupt, dass du Maschinen da quer, schieß mal was kaputt. Was? Was war ein paar Mal sonst hier? Wohin dann? Oh, da ist nix. Wohin mal hier lang. Da kommt nix mehr die Stufe runter. Ah ja. Vorsicht. Alles klar. Alles klar. Licht. Wie ich es vorhin gesagt habe. Mal höllisch aufpassen mit dem Scheißfässern Autos. Häh! Oh shitt, jetzt hab ich wieder ein im Verbindett und gekillt. Jetzt komm erst mal die Scheißwaffe, welcher ich möchte. P90. Ähh, P90. da hast du kippen fallen lassen weil das magazin nicht aussieht was hat nun der europäisch magisch hat wieder eine granate mit granäten heute da bist du reich bist du hinterfliegen nach vorne am schweine wurde überrollt alle ich mitarbeiter die morgen die soll auch noch bis an die zähne bewaffnet typisch amerika rumpelte das war so wichtig richtig geil schweine schweine mal auch schade ist es super gewesen Reicher 2-2, die nächsten Haltestellen überprüfen. Finden Sie heraus, wo Sie hinwollen. Reicher 2-2, Dreh auf! So, mit drin. Gib Gummi! Achtung! Was ist genug? Wow, bist du hier so wunderschön? Bevor das ich den FP90 aufgucken habe, ey. Ach du Scheiße, ist das rasant, ey. Oh, ist da einer aus dem Zug gefallen? Oh, die schieße ich ja nicht. Ah, dürfte ja was trocken. Und gleich geht die Munition aus. Ah, Zug, Zug, Zug! Ja, ich muss als Mann halten. Äh... Ja, ich hab doch schon die ausgeschaltet, soviel es geht. Oh, die Scheiße, Awaaaah. Halt an. Langzamer langsamer 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 anschauen schatt Ja, ich kann mich nur bewegen, geht gerade so. Im Arsch ist der Status. Vorsicht Bravo 6, die Trucks sind in ihre Richtung unterwegs. Ab nach oben und treffen Sie sich mit Bravo 2. Verstanden. Komm schon da. Ey, wie kann er noch was jemand überlebt haben, ey? Verstanden Bravo 6, Teams sind unterwegs. Anruf die letzte 10 Minuten. Ich hatte gerade einen schlimmen Autounfall. Jetzt darf ich mich schon wieder irgendwo durchkämpfen. Bin ich Chuck Norris oder was? Na ja, geht zur Granate. Passt zurecht. H4n PC, immer zu den Gegnern lauten. Bis kurz nachlauten. Vielleicht geht's weiter. So, kann weitergehen. Und wieder ein paar ausgeschaltet. Die Polizei, hör auf die Scheiße, ich weiß gar nicht. Sie ziehen sich zurück. Hä? Äh, ja. Äh, danke. Die Truppe auf! Ja! Äh. Äh, hallo? Was ist das für Aktion hier? Ballerina-Tanz, die Trippelwunder. Du, I have to go to the Trippelwunder. Shit. Ah, schnell weg. Oh, ich hab den Kiosk von Wladimir umgebracht. Äh, tut mir leid. Hallo, sie haben sich hier nicht mehr aufzuhalten. Hallo. Hallo. Immer diese Touristen. Okay, irgendwas trifft in diesem Moment ein. Okay, irgendwas trifft in diesem Moment ein. Ich will auch noch mitkämpfen. Geil. Alle Teams, Achtung. Der Truck kommt auf als zu und fahr schnell. Gesichert das Gebiet. Der Truck ist jede Sekunde her. Wir müssen diese Straße abriegeln. Zur Fahrt. Das ist kind of gut. Da ist der Truck. Fahr frei. Auf die Fahrt, die ist. Das gesichert. Sicher. Das ist der Truck. Der Truck ist erledigt. Wir sind sicher. Wie ist der Status der anderen? Faceplate, bitte komm. Faceplate, wo sind die Trucks? Okay. Also ich verstehe fast kein Wort, was ihr davon redet. Ich komm doch. Ich komm doch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Musik. Schuss. Fuck. Um 6.22 Uhr